Hallöchen ihr und Fing und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Trouble in Terrorist Town zusammen mit Dalu, Anne, Chigo, Goro Bai, Grants, Kapuze, Grants, Defias, Klaus da! Hey! Und ich und ich bin Samma! Was soll das denn? Janett! Geht's schon los? Alles zum Abschluss freigegeben. Warum? Was hast du gemacht? Ich keihe dir Anne ab. Egal warum, frag ich mich. Hallo? Du hast es gesagt? Was soll das? Du hast gesagt, alles so... Aber der Detective sagt, Anne ist zum Abschluss freig. Ja, dann hab ich geschossen. Nein, Anne ist nicht zum Abschluss freig. Dann, Anne gib mir die Kugel aus deinem Körper wieder. Hey! Kannst du dich selber holen. Anne, die hast du nicht verdient. Hey, wer schießt denn hier auf mich? Ich möchte meine Munition wieder haben. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Schönen Tag. Oh, wer hat mich getötet? Entschuldigung. Pala da! Dalu, sei dir verziehen. Platz da. Ich bin hier im Tiefenbecken. Gut, Gaming könnte sogar gewesen sein, wenn er uns nicht getroffen hat. Ja, aber ich hab allerdings nur mit einer Glocke geschossen. Da treib ich auch nicht. Und auch meine Badeinsicht. Wir sind da tot. Sie sind gestorben. Anne ist zum Abschluss frei. Anne ist zum Abschluss frei. Das stimmt überhaupt nicht. Und wieder? Was denn? Der Detective sagt, Anne ist zum Abschluss frei. Das hat er vor zehn Minuten auch schon gesagt. Ich war nur schluss und das hat mich abgeschossen. Anne und Nepias sind zum Abschluss frei gegeben. Anne und Nepias sind zum Abschluss frei gegeben. Anne und Nepias. Ich hab mein Klob achtet, wenn wir da rein sein. Ich bin hinten in der Rutsche. Ich bin da rein. Ich bin da rein. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ja, da wollte er mir das nicht gönnt, dass ich bade, Leute. Du bist ja auch ein Gamer. Du musst nicht duschen und baden. Also Anne, guck dich um. Ja, Anne ist es. Sie schießt auch auf mich. Okay. Von wo? Sie ist tot. Von wo? Die lebst du noch? Sie ist tot. Anne, Nepi. Oh shit, 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 shit. Nein. Nicht von... Das ist ja ein klassischer gewesen. Hallo. Nico ist tot. Wer zählt, Nils? Zählst du auf mich, Nils? Ja, ich hab dich angeguckt, wer du bist. Achso, okay. Wer ist denn der letzte? Nepias oder... Zählst du auf mich, Nils? Ich hab grad... Irgendein hat bestimmt wieder geschrieben. Goro lebt auch noch. Boah. Ich leb auch noch, aber ich hab Anne getötet. Grenz... Ja, ich bin hier... Du wärst von hinten angeschossen von Goro. Hä? Nils glaubt das nicht. Na, ich weiß, dass das Grenze ist. Er hat mir einen reingedonnert. Kannst du nicht beweisen. Auch keine Beweise. Hey! Das geht nicht mehr. Der Teleport ist defekt, shit. Ich hab irgendein krasses Geräusch gehört. Ja, ich wollt mich teleportieren. Hab ich dich? Ja. Uh, uh, uh. Na, er ist nicht installiert. Wer bleibt denn da nur übrig? Goro und Nepias, lebst du noch? Ja, Goro ist es. Haben wir jetzt Grenz ge... Achso, warte mal. Also Grenz ist tot. Ja, Goro hat mich grad angeschossen. Ja, ja. Und was mit Shigo? Sagst du noch was? Es ist Nephias. Da hat Goro drauf geschossen, wie gesagt. Es ist Nepias. Was? Leute, ey. Ach! Da oben versteckt er mich. Ja, ja. Und du so? Irgendwann musst du auch so ein Duttering auch raus. Was? Bist du schon raus? Weißt du, wo Grenz liegt? Du bist schon raus? Ja, ich weiß, wo Grenz liegt. Wo denn? Soll ich Call Detective machen? Ja, mach mal. Okay. Wir müssen nicht auf mich schießen dann. Ah, ja, 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 oh. Ja! Könnt ihr mir aufhören zu schießen? Nein. Kann ich mir doch kurz die Nase putzen? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Oh, nein. Nein! Ah, das Radar. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Er ist hinter uns rechts. Ja. Ich hole Grenz wieder. Ich schaff das nicht alleine. Oh, sogar die Silent hat er mir hier wieder hingelegt. Danke, Nephi. Kein Ding. Nephias, ich schaff das nicht alleine. Nephias ist ganz schön schwarzes Bild. Aua. Nein! Haha, Goro fällt runter. Ja, ich war zu ungeduldig. Warum hast du Nephi nicht verfolgt gerade, Goro? Ja, echt? Machen sie halt. Oh, anfänger. Ich muss ihn zweimal wieder beleben, weil ich einmal verkackt hab. Nein! Ich dachte auch, Goro stürmt jetzt eigentlich. Veranstaltungen, Vorbereitungen möglich. Ich dachte auch extra, die Spider-Man gerne rausgeholt, um Nahkampf zu gehen. Nö. Aber like a noob, ey. Ich hefte Goro auch jetzt gleich eine Disco an, wenn er wieder hier... Disco? Disco? Ja, ja, heute bin ich richtig krass drauf. Hier, Goro. Das willst du nicht verarscht. Frisst das, ey. Stop preparing. Goro ist es schissing. Im Preparing hab ich ihm noch eine mitgegeben. Ey, ich hab fünf Schaden gekriegt. Ja, ich auch. Was hat Early dann wieder... Was hat Early dann wieder gemacht, dass er Karma abzucht hat? Ich bin Detective. Ich bin Detective. Early hat er durch die Gegend geschossen. Ist voll eskaliert. Kapuze ist letzter. Ich bin ehrfürchtig. Wir sollen Kapuze abschießen. Chico, bist du ehrfürchtig? Ich bin sowieso immer ehrfürchtig. Okay, gut. Ich schieß Kapuze an. Wer ist nicht ehrfürchtig? Ne, ich bin Detective. Das ist egal. Achso. Warte, ich bin ehrfürchtig. Nein, ist einer explodiert. Ja, aber ich hab's überlegt. Ich bringe ihn mir in ihre... Ah! Ah, gut gemacht. Ey, Traps zielt auf mich. Ich wollte... Oh, Hull dich in die Dahl um. Groben, einfach den Groben. Taube! Taube? Möchtest du die? Was? Dann ist es der Dahl um... Oh Gott. Die Pools gehen zu, glaub ich, oder? Ne. Warum hat sich David grad selber gekillt? Hey, Chico, Chico. Haps, haaps, haaps. Dabei ist ein Traitor gestorben. Ich hab Chico getötet. Ich hab Chico getötet. Ich hab Chico getötet. Anne, Anne hat sie gekillt. Ganz schön frech, Chico. Ganz schön frech. Ich hab mit drauf... Nee, ich hab getrunken. Ich hab getrunken. Auf mich losgeschossen. Ich trinke im Dienst. Du bist verrückt. Ich trinke im Dienst. Ich hab damit kein Problem. Im Tode vereint. Sehr gut. Ah, die Anne. Anne, du bist ein... Du bist ja ein Teufelswerb. Warte, Chico will nicht. Nee, Danu will nicht. Der ist noch ein bisschen maulig, glaub ich, weil... Chico, geh mal... Anne, geh mal weg. Anne, geh mal weg. Anne, geh mal weg. Anne. Nimm doch die andere Waffe, du Kackvogel. Nimm doch die andere Waffe, du Kackvogel. Ja, aber wo ist er? Ich sag... Warte mal hier. Er ist im Schrank. Er ist im Kohleautomaten. Dalu ist im Kohleautomaten. Ich kann das Ding nicht fassen... Ich kann das nicht werfen. Nur Traitor können das aufmachen. Wir brauchen dringend einen Traitor auf Kasse 1. Dalu, was machst du da? Warte, 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 warte. Nein, 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 Ali. Dalu, ich glaube nicht zu reden. Irgendwer hat eben Goro gerufen, als er gestorben ist. Dalu, bist du... Goro oder Good Gaming? Dalu, wenn du mich hörst, schieß einmal. Ich hab keinen gesehen bisher. Nein. Dalu, wenn du mich hörst, schieß einmal. Ja oder nein? Goro. Goro. Goro ist es. 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 Dalu, bist du das Traitor? Komm hier. Jetzt lass mich mal kurz durch. Dalu, wie schießt du gerade? Er geht in den Traitorraum, er geht in den Traitorraum. Nein, da ist Dalu drin, da geh ich nicht rein. Nein, Dalu ist da nicht drin. Dalu ist im Automaten drin. Goro ist es. Goro ist es. Goro schießt auf mich. Wie bist du da hochgekommen, Dalu? Dalu ist wieder da. Es war doch... Das ist ja wohl... Das gibt... Ah, links. Hab ihn, hab ihn. Von links werde ich abgeschossen. Von links, pass auf. Dalu, wenn du noch im Automaten feststeckst, dann... Ist er nicht mehr. Er ist doch gerade darum gelaufen. Ja, wer weiß, ob das jemand der Disguise ist als Dalu. Ach, nein, das ist er schon. Aber da müsste er vorher schon die Identität irgendwie geklaut haben. Krabs, das ist der andere, sagt Dalu. Aber wird er das geschrieben, oder was? Ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich hab ein Radar, aber da. Bist ruhig. Ganz hinten rechts ist einer. Ja, aber ich nehme auch ein Radar. Er stimmt ganz hinten rechts, ja. Da hinten. Da hinten. Attacke auf den Leber. Was ist er denn? Soll ich euch ein Liedchen singen? Irgendwie ist mein Spydergang kaputt. Ich... Ich hab den... Da lebt noch... Eine lebt auch. Und Nefi auch. Das ist gut. Wo ist denn der Krabs? Da ist der Nefi Baby. Jetzt aber bei mir hinten, bei den Kabinen. Ja, du bist tot. Du Affe, du. Warum machst du das? Muss ich ihn... Muss ich mal warte... Und? Wo ist er? Da drin, sagt er. Da drin. Da drin ist er. Da drin ist er. Anne, siehst du mich? Da drin ist er. Da drin ist er. Da drin ist er. Ah, da ist er. Crabsy. Crabsy. Waaah. Was ne Unheil. Und da verbran ich ihn rein. Du hast mich in dieser scheiß Kammer wieder belebt. Wie bist du da hochgekommen? Er wurde teleportiert. Meine Güte. Wir sind daran so schwer. Wenn du in der Kammer drin stehst, wirst du hier hochteleportiert. Und ich hab ihn wiederbelebt und er wurde eben den Ding wiederbelebt. Ich dachte mir, wo ist er auch... Weil man steht da oben bei mir. Ich denkst so, hä, wie sei jetzt hier hochgekommen? Ich hätte fast auf ihn geschossen sein. Ich hab schon Angst, dass es wieder ein Parapalance. Hallo. Aber dann hab ich dieses Lupenglas. Ich denkst du, nee, das ist der echte Dalu. Ich glaube, das war wegen meinem Lead. Deswegen ist er wiedergekommen. Deswegen ist er abgehauen. So schalte ich die Kamera an. Deswegen ist er überhaupt erst gestorben. Hey. Und wiederbelebt. Das ist gut. Genau. Das ist wieder so eine potenzielle Tür für ein Dings. Hä, wer macht denn hier mit diesem... Oh nein. Oh nein. Und Dalu auch. Dalu, mach bitte deinen Job nicht. Ich töte Anna einfach. Anders, als zum Abstand. Der erste, der geschossen hat, war übrigens... Early Boy. Was? Der hat auf mich geschossen, als es hier ist. Anders, als zum Abstand. Ich merke mir das. Du kommst auf die Liste. Warte. Ich werd dich jetzt als Suspect markieren. Ups, jetzt hab ich meine Waffe weggeschmissen. Early und Good Gaming haben auf irgendjemanden geschossen, der da hinten noch war. Ach, auf mich. Der hat mich weit getroffen. Ach nee, okay, okay. Der hat mich weit getroffen. Ich hab die jetzt auf jeden Fall mal als Suspect hier markiert. Ja. Mich oder was? Ich hab die jetzt als Kill markiert. Das find ich ganz schön frech von dir. Außer du bist Traitor, dann musst du natürlich... Nein, das war auch ein Fass. Entspannt mal, Leute. Ich bin die Rose. Nehmt mal was von meinem Zug. Malheur. Hä, was guckst du hier? Malheur LP. Der Gwenz spannt halt in die Kabinen rein von oben. Ich hab sonst nix. Ich hab sonst nix. Lass mir doch den letzten Funken Spaß machen. Die Hose aufgemacht. Kaputte Joe. Ich bin da, ich bin da. Ah, ich wurde runtergeschubst von Nephi. Alles klar. Nee. Die anonyme Alkoholiker. Der anonyme... Das ist der beste Witz, den ich je gehört habe. Den fand ich auch gut. Der ist auch neu, glaub ich. Den fand ich sehr erfrischend vor allem. War das ein Witz? Ja, er hat sich verkleidet als Nichtwitz, darum war das ein bisschen schwer zu erkennen. Ich fand den gut. Ich fand, der war super. Boah, einer der besten Witze, die ich je gehört habe. Geht immer mit dem Ding in Portalgun oder äh... Ja, die mit der Portalgun. Ganz oben. Good Gaming. Einer der Kunden war das. Good Gaming hab ich ja eh schon als Suspect markiert. Ja, ja, richtig. Der ist auch mit der Portalgun nach oben. Good Gaming hat ne... Early, du müsstest... Early müsstest du den noch sehen. Ja, sag das doch nicht mit. Jetzt weiß der, der hat mich frei zum Abschuss. Tja. Ich wollt die Spannung kaputt machen. Wie bist du denn da überhaupt hochgekommen? Hä, Krabs? Wo bist du... Nein, Krabs wurde abgesnipert. Ist Krabs tot? Hey, what? Ja, hier liegt der... Da liegt Dalu im Pool. Ne, Dalu ist das. Dalu liegt im Pool hier. Ah, Krabs ist auch tot. Woher? Woher wusstest du, dass es Dalu ist? Ich rutsche gerade. Ne, ich hab ihn grad confirmed. Anna hat ihn confirmed? Das stimmt doch gar nicht. Nein, ich hab ihn... Oder ist er... Oder war das Krabs? Hier lag einer. Kapuze ist es doch auch. Nein, aber hier lag doch grad einer. Ich schwör's dir. Warte, ich geh nochmal in die Rutsche rauf. Abgold Gaming erwischt. Nice. Oder wer war das? Ne, das war Krabs. Sorry. Ah, ok. Ja, der liegt hier. Irgendein Dete muss hier hochkommen. Call Detective. Ah ne, ne. Ich komm nicht ran zum... zum... zum Dingen. Oben drauf liegt da. Oben drauf. Ja, hier wo ich bin. Direkt hinter mir. Du denn? Ja, wo man hochdelaportiert werden kann. Da oben. Hier ganz hinten am Ende. Da oben ist Early. Hast du die... Kapuze hat den Traitor-Bug, Leute. Welchen Traitor-Bug? Ja, du... Man sieht, dass du Traitor bist. Weil du im Wasser warst. Woran? Wenn man... Ich seh das... Achso, das ist wenn man da rumschwimmt. Ja, ja. Soll ich dich direkt abschießen? Das ist doch ein Schwachsinn. Nein. Das ist der Traitor-Bug. Ach, das ist ein Schwachsinn ist das. Ey. Ich könnte dich jetzt abschießen, Kapuze. Wäre dann nicht random. Do it. Warte mal, ist da grad jemand gerutscht und... Das ist das Traitor-Zeichen? Ja, oder? Das war Dalu. Kann jemand hochkommen... Halt, was? Das war Dalu. Dalu ist hier bei mir. Da war grad ne Taube auf jeden Fall. Weiß nicht. Ein Taube war auf jeden Fall. Ja, und dahinten läuft Goro. Kapuze, das... Also ehrlich, ne. Ich töte dich nicht. Ja, dann du. Nein, das habe ich schon mal heute gemacht. Ja, das stimmt. Aber dieser Traitor-Bug... Ist das wirklich... Ja. Okay, na gut. Dann kannst du schauen, aber... Wenn du dich trafst. Na dann. Na dann trafst. Da, 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 da. Ey, da schießt du ruhig. Na gut. Was war das denn? Vorsicht, wenn der explodiert. Ne. Ich hab keine VSS. Oha! Baby! Da kam Baby. Von Kapuze. Nein! Das klappt nicht. Ach komm, der Link! Nein! Nein! Oha! Seriously? Fuck. Schnapp! Wo kam... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich das schaff. Was ist... Moment. Ja, ja, ja! Komm! Ja, ja, komm! Ja, ja, komm! Ja, ja, komm! Ja, 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 komm! Kapuze, da such ich mal vier. Ich dachte, die Kapuze wäre tot und ich lauf da so runter und auf einmal kam er mir entgegen. Daniel, du hast mich doch im Traitor-Raum gesehen, oder? Nein! Hast du nicht? Nein! Kapuze, ich wusste den Traitor-Bug. Ich wusste, dass du oder Nephi es sind. Ich war zu verunsichert, weil ich halt das eine war schon auf die Nase gefallen habe. Daniel, ich hab die Taube zufliegen lassen. Der hat hier Dings erwischt. Ich dachte, die Taube hat Good Gaming geworfen. Nein! Ich dachte, shit! Die Taube hab ich geworfen. Guck mal, alle haben einen Taube geworfen. Guck mal, alle haben einen Taube geworfen. Achso, aber ich hab einen auf die Nase geworfen. Ja, 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 haben sie alle geworfen. Zusammen, einer links, einer rechts am Bein und dann... Also ich hab den Taube geworfen. Hast du ja alles in ihren Augen geflogen, klar. Ich hab die drei Mal mehr geworfen, was alle. Also meine Taube ist immer einmal mehr geworfen, als die. Ich hab die Taube immer einmal mehr geworfen, als die. Ich hab nen anderen Ton hier. Good Gaming. Jetzt hast du ein Regal gekonnt geschlagen. Das ist das Game. Ich werde zurückschießen mit dem Todebeschirm. Oh, da wird er gedroppt. Ich hab's gesehen. Close, close. Die Brache war schon zu spüren. Early ist es. Äh? Aua! Early ist es. Early hat mich mit seinem Faden berührt. Das ist ein Arm, Leute. Mit seinem Faden? Wo? Der hat mir das denn jetzt kaputt geschossen. Wieso redet Early eigentlich nicht? Warum nicht? Oh, warum nicht? Der Faden des Kriegers. Da kommt ein Plasma in der Lose. Hab einen Scherft. Plasma, Plasma, Leute, Plasma. Schicko ist es. Ja. Da eskaliert einer. Das kommt doch von Arne. Ich hab ne Shotguns. Ich hab nur ne Shotgun. Au! Schicko? Es war alles. Oh! Es ist hinter dir! Andes! Andes! Andes frei. Schicko, es tut mir leid. Aber ich hab dich nie getötet. Komm, wir schnabolieren sie. Da hinten in der Ecke. Komm Schicko, wir bleiben hier. Die explodiert immer. Die hat wieder ne Chili gegessen. Oh, jetzt haben sie durchschaut. Sie kann nichts mehr. Jetzt, wo sie das Anne-Device nicht mehr nutzt. Das ist schön, wie man alles schon kennt. Andere Person, die explodiert. Das wies man. Warte mal. Grants ist es dann nicht. Ich bin es auch nicht. Ich auch nicht. Ich hab Anne verraten. Krebs, okay. Oder Nephi. Ach, Krebs ist Nephi. Ja, stimmt. Ja, doch. Muss ja, wenn wir drei Trader haben sind. Ja, muss ja sein. Baddalu war ja auch die Taube. Grants hat auf Anne mit geschossen. Ich hab auch auf Anne geschossen. Ich hab aber auch noch mit auf sie geschossen. Von hier hinten. Genau. Ja, ja, ja. Bei der Kabine hinten ist einer. Aber ich weiß nicht wer. Der hatte gerade auch so rüber gelinst. Ich treff morgen auf dem Papst. Hör mal knallen mit Nephi ab, ey. Waaat? Kannst nicht bei Anne mit da... Hat einer ein Radar? Ja, ich hab einen. Wer ist hinten links? Wer ist hinten links? Hinten rechts? Ne, ne. Hinten rechts muss es... Ich bin jetzt hinten links. Das Kapuzen hinten links. Ja, ich bin gerade. Aber warte, warte. Drei. Zwo, eins. Dann ist mein Radar wieder ready. In der Mitte. In der Mitte. In der Mitte der Kabinen. In der Mitte der Kabinen. Beide oder einer? Einer. Ja, ich hab einen. Einen hab ich. Der kommt da nicht mehr raus. Seitdem der andere kehrt nicht. Da drin ist. Ja, da wo die Türen gerade aufgehen. Oh Gott, da sind beide drin. Hier sind zwei Türen. Da hat das Baby gedroppt. The Crabs. Oh shit. Nein, Aua. Dalu, hör auf. In der Kabine willst du jetzt drinnen lungern oder was? Ja. Komm da raus. Komm da raus. Wo ist dein Kompagnon? Oh. 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 Dein Kollege. Echt? Ja. Hat er mit Baby gedroppt? Oh nein, ich bin tot. Oh, doch nicht. Haha. Als ob. Ah, wann ist mein Radar mal wieder ready? Ich bin fast da. Das ist ein Quatsch. Wir müssen eine Intervention führen. Ach nee. Also darf ich jetzt heute nicht so den Termin führen. Muss sein. Das ist doch. Du hast viel Mist gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur ne Taube geworfen. Mehr hab ich nicht gemacht. Oh, Craps, Mann. Der geht's gar nicht gut, ne. Ach, guck mal wie er liegt. Ach, wo ist die Nase denn gestorben? Hahaha. Ah, ich brauch nen Radar. Ich bin eh nur das Kacke. Oh, ne Intervention. Gib sie mir. Dann gib sie mir. Muted. Mikrofon activated. Hab ich noch Punkte? Ja. Cool. Wo bist du denn? Du zögerst das hier raus, Mann. Ich zöger nix raus. Ich such mir nix. Ich he- Oh, krasser Schuss. Ja, was heißt denn nice? Er hat ja auch ewig Zeit da zu zielen. Aber Grant, du meintest ja, versteckt sich. Aber er hat sich ja nicht versteckt. Er ist den ganzen Hund gelaufen. Na, er hat sich doch eben hier ne Minute oder so da in ne Minute. Ja, bis mein Radar mit der Aktion fahren. Ah, das ist so schlimm, ey. Die Taube. Ich bin jetzt dann die Taube nur auf eine Person der Nephias. Ja, wenn du da gerade kommst. Ja, weil er Angst hat. Die brauchte Ausflug. Wie ist Krabs gestorben? Ich habe ihn gekillt. Aber er hat mich dann mitgenommen. Kapuze und dann Märtyrer. Das Geräusch, wenn der Märtyrer zuschlägt, ist immer geil. Dieses, oah. Ja, weil man das weiß und dann weiß man es doch nicht. Das macht dann noch trauriger. Ja, und dann fängt man fast an zu weinen. Ey, wer werft hier irgendwas nach mir? Ich bin Traitor. Krabs hat gerade was eingekauft gleich als der Traitor. Krabs hat gerade was eingekauft. Er hat einfach kein Traitor. Sofort als der Traitor. Sofort als der Traitor. Nein, will ich gar nicht. Ich tanze hier den Guru bei. Soll ich hin, dass er schiebt? Hier, das Snipe. Was? Ich wollte die Sword aufhaben. Ey, Grabs, lass die Sword aufhalten. Geht doch gar nicht. Egal, vielleicht geht's diesmal. Lass sie sofort fallen. Grants, du lässt... Grants ist frei zum Abschluss gleich. Jetzt lass uns die Sword aufhalten. Ihr Heilige! Lauf, Junge! Das war ein Anschläger auf den... Lass einer tot. Grants hat einer getötet. Hab ich nicht. Nein, Goro! Oh Gott, wieso schießt du denn? Das war doch nicht mit Absicht. Nefi! Alle! Was gibt's denn? Wir klaren alle. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht mit Spass. Ich bin nicht mitgegen, etwas mit dem Aufschreihen. Ich bin nicht mit dem Aufschreihen. Ich bin nicht mitgegen. Aber ich bin von dir befri해�bar. Ich bin nicht mit einem Lass. Ich bin ein, ein. Lass mich allein das so irgendwas auf das... Ich bin nicht so am, dass ich mich nicht länger mache mit einem Vielen Dank. Vielen Dank.